hallo liebe leute und leutinnen ja wieso war ich so lange weg was wegen corona oder hatte ich keinen bock oder was war könnte ich jetzt auch ein bisschen mehr ausführen aber ich glaube im wesentlichen was ich wollte die zeit für mich haben zum nachdenken ich wollte wirklich nur youtube machen wenn ich es wirklich wirklich wollte nicht nur es wäre cool wenn und das thema ist ja gerade voll im hype könnte ein bisschen aufmerksamkeit erregend es können vielleicht paar mehr leute sehen irgendwie keine lust gehabt und andererseits war das entspannt nicht so viele youtube videos zu machen oder überhaupt nicht mehr so viele videos viele klingt so blöd bei youtube videos zu machen andererseits ist es halt blöd weil man dann sachen nicht verarbeitet hat oder bestimmte sachen nicht dokumentiert hat weil das war dann für mich so die alternative wichtige ereignisse ich sag mal wenn man auf dem konzert war man hat einen trip gemacht mit freunden wie zeit verbracht dass man das dokumentiert denn ich war bei john peterson ja das ist natürlich spiegelverkehrt john peterson live gesehen danke long dass du mich gefragt hast war ich eine coole zeit mit die und leon live zu sehen hat mir extra auch das buch dann gekauft damit ich auch bestens informiert bin hätte ich aber nicht machen müssen aber so viel zu der pause so viel zum was ihr verpasst hat natürlich sind noch mehr dinge passiert und ich dachte mir bevor das jahr 2022 zu ende geht will ich doch die drei lebenslügen aufdecken mit euch gemeinsam beziehungsweise es mit euch teilen es klingt vielleicht ein bisschen hart mit lebenslügen aber ich wollte schön knackig kurz halt mit dem titel und wenn ihr jetzt euren tee fertig habt könnt ihr mir zuhören vielleicht habt ihr auch popcorn aber nicht so schmatzen bitte sonst versteht ihr mich nicht und zwar das erste ist dass wir viel zeit haben haben wir nun mal nicht ich weiß es glauben die leute sehr gerne und sagen wir morgen morgen oder zum ende des jahres nächstes jahr da wird alles besser da werde ich mein summer body bekommen da werde ich dies da werde ich das ich werde endlich mal mehr lesen ist jedes jahr so ist ja auch nicht schlimm wenn man ziele hat aber wenn man nicht umsetzt oder deswegen mag ich auch dem die begrifflichkeit memento mori also dass wir uns der sterblichkeit bewusst werden klingt jetzt voll düster jetzt auch zu der weihnachtszeit oh mein gott warum redet über tod ja ist allgegenwärtig und so sehen wir so sehr wir auch glauben wollen dass uns die zeit oder das leben uns gehört wir sind nur eine gewisse zeit hier das heißt nur 70 80 90 vielleicht einige hundert jahre ich wahrscheinlich dafür esse ich zu gern aber ich denke wenn man sich das bewusst macht die verwundbarkeit und die sterblichkeit des menschen lebt man ein wenig anders damit meine ich nicht dass man ängstlich ist nicht leben zu wollen sondern eher umgekehrt dass man das leben in vollen zügen genießt deswegen bin ich auch der mensch der sich lieber einmal zu viel meldet einmal zu viel anruft einmal zu viel so richtig zu viel vorbeikommt auch wenn ich nicht gerade viel lust habe weil ich mal nicht so gut drauf bin oder einfach nur am wochenende ausschlafen möchte und nicht mehr oder stunden unterwegs sein möchte aber es ist wichtig sich das bewusst zu machen weil man dann weiß okay vielleicht ist es das letzte mal dass ich diese person sehe es ist egal wer es ist kann bei jedem anders sein vielleicht bei einigen die eltern vielleicht bei anderen freund freundin partner kinder egal irgendjemand der euch was bedeutet vielleicht seid auch ihr selbst weg wie gesagt klingt jetzt sehr düster es soll nicht so düster klingen das schlimme ist dass wie gesagt einige denken dass sie ewig zeit haben also wir sind alle busy wir haben alle unser leben und das ist dann schade dass man es nicht schafft sich vielleicht ein paar mal mehr im jahr zu sehen zu sprechen also ich sage auch telefonieren wenn man weiß dass es jederzeit vorbei sein kann ja menschen halten was aus aber umgekehrt können menschen auch einfach so weg sein man kann auch schwer krank werden man kann unfall haben egal was es ist der tod wartet auf dich und ich hätte noch ein paar mehr gags aufschreiben müssen damit es nicht so ernst klingt aber ist ja auch egal was kann man dagegen machen dass wir sterblich sind und dass wir nur eine begrenzte zeit hier sind ja man nutzt die zeit so gut es geht wie gesagt man macht das oder man verbringt zeit mit den menschen denen die einem wichtig sind vielleicht bin ich auch in der hinsicht anders weil andere leute sagen für mich ist es wichtig auch nächstes jahr jetzt 20 23 auf zehn konzerte zu gehen okay was spaß was ist wenn dann die menschen weg sind die die was bedeuten deine eltern deine freunde irgendwas passiert bist du dann immer noch glücklich dass du zumindest die zehn konzerte mitgenommen hast ist das ist das was die wichtig ist es ist das was du willst ist das wirklich alles was du willst was dich glücklich macht näher für mich sind es die menschen weil wie gesagt wir sind alle nur begrenzte zeit hier und man weiß nicht wie lange man kann nicht viel dagegen machen außer auf sich selbst zu achten also sich anzuschneiden nicht alkoholisiert auto zu fahren gesund zu ernähren sport zu machen der rest liegt nicht in eurer hand wenn man schwer krank wird nicht unbedingt oder weil wenn euch was passiert man kann ich sage auch nicht dass man sich zu hause verstecken soll und gar nicht mehr dinge machen soll wie chips essen oh mein gott nein so geht es so meine ich das nicht man soll möglichst gut auf sich achten und wenn was passiert dann ist es so also was ist das was was kann man gegen diese tatsache machen dass wir nicht so lange da sind oder nicht wissen wie lange man genießt sie punkt 1 punkt 2 wenn es dann passiert dass man auch loslässt und sich nicht dadurch kaputt machen lässt ich weiß das ist schwer und ich hatte auch das glück das noch nicht passiert ist aber es wird kommen also bin ich nicht so naiv zu glauben dass ich das alles ewig so bleibt dass jeder lange lebt nein allein schon eltern werden wenn alles gut geht vor euch gehen klingt das blöd aber ihr wisst was ich meine und je nachdem ich weiß die dann andere beziehung zu den eltern also meine eltern waren so scheiße zu mir die haben mich rausgeschmissen was auch immer schlimme dinge getan will ich nicht gut reden dass man jetzt jeden menschen um jeden menschen trauen sollte egal ob es blutlinie ist oder nicht aber das wird kommen keine frage was macht man da man akzeptiert das und versucht das möglichst gut zu verarbeiten und lässt los anstatt daran zu verbrechen zu zerbrechen verbrechen zu zerbrechen john peterson hat dazu was gutes geschrieben aber ich habe die stelle jetzt nicht rausgesucht und ich dachte es ist jetzt in dieser stelle nicht notwendig ich weiß es klingt so banal aber wenn alle so denken würden dass sie wissen dass die zeit begrenzt ist würden wir ganz anders miteinander umgehen wirklich ganz anders wir würden sich wegen kleinigkeiten streiten man würde sich öfters sehen und wenn dann was passiert wenn man sich wirklich bewusst ist ja menschen sterben oh mein gott irgendwann ist die zeit vorbei dann würden wir auch nicht so überrascht tun und sagen oh mein gott wie konnte das passieren ich weiß da gibt es dieses denken warum gerade die person oder warum gerade ich aber das hilft einem nicht weiter es ist passiert das leben muss weitergehen und wie john peterson sagt das ist ein edles ziel wenn eine katastrophe passiert möglichst stark zu sein damit man andere mit zieht oder besser gesagt nicht unterzieht und sagt alle scheiße jetzt bin ich kaputt für den rest meines lebens obwohl man weiß dass menschen gehen werden nicht nur gehen im sinne von sie sind feige und lassen sich sondern sie sind tot sie kommen nicht zurück und er hat recht es ist nichts edles daran wenn man dann verbittert ist traurig ist ein leben lang noch das eigene leben zerstört weil da was soll man sagen hey mama papa dieser jetzt weg jetzt bin ich ein verbitterter loser der jeden um mich herum mit runter zieht werden sie dann stolz auf mich nein wenn sie nicht also wie gesagt man genießt die zeit mit all den leuten die euch was bedeuten und wenn jemand geht lasst los ihr wusstet dass das passieren wird und wenn ich wusste wisst ihr das jetzt weil ich das euch gesagt habe ist die erste sache also erster punkt memento mori unsere sterblichkeit der zweite punkt knüpft eigentlich sehr danach der sehr gut daran an die verbitterung die da entstehen könnte nicht nur dadurch es können viele dinge passieren warum verbittert ist vielleicht hat man eine schwere krankheit bekommen vielleicht hat man so viele beziehungen gehabt die einen verletzt haben was auch immer irgendwas hat dazu geführt dass ihr verbittert seit dass euch alles nervt dass ihr das gefühl habt dass jeder euch irgendwas schlechtes tun will dass ihr niemandem vertrauen können dass ihr bei der kleinsten kleinigkeit explodiert in einigen dingen habe ich gemerkt dass ich doch mit den jahren verbitterter wurde ich hätte einem kumpel das gesagt ich war long dass das autofahren nicht ein bisschen gestresst hat wie gesagt memento mori wenn ein spaß die mir die vorfahrt nimmt und ich dann sterbe es ist schon so oft auf der autobahn was passiert weil ich dachte wenn ich jetzt nicht schon damit gerechnet hätte dass der arsch mir die vorfahrt nimmt wer jetzt ein unfall passiert ja vielleicht hätte ich überlebt vielleicht nur ein paar blaue flecken vielleicht nur ein paar knochenbrüche aber ich werde dann weg weil ein arsch nicht aufgepasst hat und das hat mich so sehr aufgeregt jedes mal wenn ich unterwegs war auf der autobahn dass ich schon recht verspannt war und angespannt war und die farben sehr viel kraft gekostet hat ich passe wohl immer auf so ist nicht aber es war halt ein bisschen zu viel spannung da ist okay ich überhole jetzt du hast du hast wie du fährst raus und dann fährt er wirklich raus hat nicht geblieben wenn ich jetzt nicht schon damit gerecht hätte dann war ich echt auf 180 alle fühlen sich immer so sicher im auto ja vielleicht aber kann ja nichts passieren nein du bist schnell unterwegs ich bin auch mal schnell unterwegs und da kann ganz leicht was passieren und können jetzt sagen ja fahr doch mal 100 oder so aber das ist jetzt nicht das thema wie gesagt es hat mich ein bisschen verbittert und es gibt leute die haben halt leider viel scheiße in ihrem leben erlebt die dann wirklich verbittert sind und alle runterziehen egal wie nett man zu denen ist immer fühlen sie sich angegriffen und das ist ziemlich scheiße merkt es auch jetzt ich weiß nicht ob es nur in deutschland ist diese verbitterung vielleicht durch das allgemeine leben dass ihre ziele nicht erreicht haben ihre träume nicht kranken was auch immer dass man nicht mehr miteinander reden kann in ruhe sondern immer nein das kannst du nicht sagen das geht doch nicht und meine gefühle so hatte das sage ich nur um die zu helfen nicht um dich anzugreifen ja aber trotzdem das war unsensibel mein gott wie verbittert bist du dass du aus jeder kleinen aussage was drehen kannst und was ist daran edel bei jeder kleinlichkeit zu explodieren was ist daran edel wenn man versucht etwas zu klären dass man gleich das auf die schiene von das ist voll gemein du kritisiert mich zu unrecht oder was auch immer oder das auf andere zu schieben immer das opfer zu sein das ist ja so schwer hat andere mit runter zu ziehen es ist überhaupt nichts edles dran verbittert zu sein denn frust die man vielleicht teilweise auch sich selber zu schreiben muss an anderen auslässt überhaupt nichts wir müssen alle daran arbeiten ich sage nicht dass ich perfekt bin aber jetzt fahre ich doch schon entspannt durch die gegend oder bei anderen sachen wenn ich denke alter dass ich versuche so ist das du hast nichts davon wenn du dich jetzt aufregst es tut dir selbst nicht gut und die wahrscheinlichkeit wackelt die ganze zeit wahrscheinlichkeit dass du dann insgesamt unglücklich bis steigt wenn ich mich von kleinlichkeiten beeinflussen lassen das möchte ich nicht deswegen es muss schon klick machen ich kann euch da keine formel geben aber ich will euch nur zeigen dass verbitterung keine gute alternative ist vor allen dingen wenn man zum beispiel durch beziehungen sehr stark verletzt wurde und dann sagt ich vertraue niemanden mehr du bist für dich alleine und wenn dann menschen kommen die vielleicht dein leben bereichern könnten sagst du mir ich wird so oft enttäuscht ich möchte das nicht oder du lässt die verbitterung an den aus durch vorangegangene erfahrungen ja der oder die hat es auch bei mir so gemacht und du willst das auch machen ja ich habe voll das gute recht das so zu denken zu misstrauen ich kann nichts dafür wenn du soll ich verletzt haben und wenn ich zu dir gut bin aber du das trotzdem nicht siehst was dann dann bist du alleine weil ich dann denke was falsch mit dir und dann kommt dieses spiel von ja alles ist so scheiße ich wusste das doch das ist die verbitterung das macht die verbitterung es ist nichts edles dran ich weiß ich will auch nicht damit sagen dass man jedem menschen vertrauen soll dass alles auch gut ist nein es passieren schlimme dinge keine frage die sache ist eher dass man sich nicht so stark unterziehen lassen sollte von diesen dingen oder hoffentlich nicht zu stark dass man dagegen ankämpft gegen die verbitterung wie soll man das machen warum sind wir alle so verbittert ja es gibt viele verschiedene gründe das gegenmittel wäre dankbarkeit einfach dankbar zu sein für das was man hat vielleicht auch für die schmerzhafte erfahrung weil sie in einem gewissen maße auch stärker macht oder auch daran erinnert dass jederzeit was schief gehen kann wenn zu lange alles gut geht und du denkst ja das leben ist toll nichts kann mir was anhaben musste vielleicht auch daran erinnert werden aha ein mensch wird schwer krank dass du die zeit die du hast genießen solltest dass du deine gesundheit genießen sollte dass du das schätzen solltest was du hast auch wenn es nur ein dach über den kopf ist ja die heizkosten steigen ins unermessliche aber du kannst noch heizen du lebst nicht auf der straße du kannst dir noch essen leisten offensichtlich hast du auch internet wenn du dieses video guckst ich weiß es viele dinge einen nerven können sei trotzdem dankbar dafür werdet einfach nicht verbittert wie gesagt er schadet euch selbst und jenen anderen menschen und dafür ist viel zu schade dieses privileg zu haben am leben zu sein gesund zu sein sage ich jetzt mal und so viele möglichkeiten zu haben ich weiß für mich war youtube auch ein bisschen nervig habe ich auch ein bisschen verbittert weil ich ja die welt verändern wollte übertrieben gesagt ich wollte einen unterschied machen es ist ja auch ein gutes ziel aber ich hatte mich zu sehr darauf verkrampft und deswegen war die motivation teilweise sehr gesunken deswegen lese ich kurz was vor für die die auch egal ob youtube oder im privaten bereich denken boah ich muss was ändern ich muss einen unterschied machen das ist aus hühnerseele für die hühnersuppe für die seele hühner hühner seele hühnersuppe für die seele von jack canfield und mark victor hansen geschichten die das herz erwärmen und jetzt wo ich auf dem sterbebett liege wird mir auf einmal klar wenn ich nur mich selbst zuerst geändert hätte dann hätte ich durch mein beispiel meine familie verändert aus ihrer inspiration und ermutigung heraus wäre ich dann in der lage gewesen mein land zu bessern und wer weiß vielleicht hätte ich sogar die welt verändert ja viele wollen die welt verändern sieht man ja im social media bereich alle wollen irgendwas wirken und irgendwelche bewegungen starten und am ende es kommt nur eine gegenbewegung weil es alles so aggressiv verfolgt wird nicht mehr vernünftig diskutiert wird aber das sagt jordan peterson auch um die welt zu verändern sollte man vorher sich selbst in den griff bekommen die eigene welt regeln das eigene zimmer aufräumen das eigene zu hause in ordnung bringen bevor man versucht die welt zu ändern weil die welt zu ändern ist sehr komplex wie willst du die welt verändern wenn du selbst nicht mehr in der lage bist in ein zimmer in ordnung zu halten wie willst du irgendwas komplexes da im gang treten lassen gang bringen du idiot das war sehr verbittert das war der zweite punkt die verbitterung zu bekämpfen dass nichts ähnliches dran ist wütend zu sein ich weiß es leicht gesagt aber kommen wir zum nächsten punkt das hatte auch andrew tate gesagt glücklich sein aber auch john peterson beide haben das gesagt oh mein gott da muss es ja richtig sein wenn das john peterson auch sagt es ging ums glücklich sein dass das aber kein gutes ziel ist ich würde sagen glücklich sein wird oft benutzt um die bequemlichkeit zu benutzen als beispiel ich will ins studio aber ich muss mich umziehen es regnet draußen nämlich da jetzt durch zu quälen ich habe nicht so gut geschlafen ich muss den weg ins studio machen dann trainieren dann zurück duschen essen machen und so weiter gesundes essen natürlich machen wäre es nicht einfacher wenn ich mich einfach hinsetzen mein lieblingsserie gucke das macht mich glücklich so ist jetzt das glücklich sein wirklich ein gutes ziel oder es ist bequemlichkeit es ist in diesem fall bequemlichkeit und was bedeutet glücklich sein ist für jeden was anderes der eine ist glücklich wenn er zu hause seine serien gucken kann der andere ist glücklich wenn er zeigt mit freunden familie gucken kann der andere geht in seiner arbeit auf es ist nur allgemein vielleicht verbreitet dass man sagt zu alles was dich glücklich macht was macht die menschen denn heutzutage glücklich neue klamotten das ist so wichtig das ist das edle ziel glücklich sein mit materiellen dingen nein ist es nicht das war die größte lüge auch deswegen wenn man glücklich ist drückt das sein potenzial weg vielleicht hättest du wenn du mal dein glück und ein wohlbefinden zurückstellt und sagst ich gehe mal aufs gaspedal vorsichtig nicht jetzt im roten bereich die ganze zeit sondern ich mache etwas setzte meine energie opfer hier und da einige sachen erreiche ein ziel dann wirst du glücklich sein aber glücklich ich steht in dem zusammenhang er für erfüllt zu sein und vielleicht ist das was die heutige zeit ausmacht alle wollen glücklich sein was aber sehr kurzfristig ist anstatt anstatt erfüllt zu sein das ist sehr schade weil du dann nie glücklich sein wirst weil es als kurzfristig ist du brauchst immer neue klamotten du brauchst immer neue spiele immer neue reize das heißt im grunde genommen bist du nie glücklich weil kostet was glücklich dann wieder runter auf und ab auf und ab anstatt dauerhaft erfüllt zu sein an einer aufgabe zu arbeiten oder immer weiter daran zu arbeiten und ein gewisses hohes niveau an erfüllung zu halten statt immer ohne party ja my life is nice und party vorbei work neue party konzert urlaub und und dann wieder denken wir sollten alle daran mehr arbeiten erfüllt zu sein als glücklich zu sein also langfristig vielleicht wenn man das wort glück weiter benutzt mit langfristig glücklich zu sein anstatt kurzfristige glücksmomente zu erschaffen nichtsdestotrotz freue ich mich auch über kleinlichkeiten also nicht jetzt dass ich das weg schiebe sagt da das konzert mich jetzt nur für ein zwei tage glücklich macht und vielleicht ein zwei monate werde ich das jetzt nicht tun nein 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 dieses extrem möchte ich auch nicht machen das muss mir auch gerne der heutigen zeit immer klarstellen leider habe ich jetzt leider gemacht aber ja vielleicht sucht ihr euch für 2023 ein ziel aus auf das ihr hinarbeitet klassisches ziel summer body kann ich auch viel zu sagen meine pläne dazu äußern aber ich glaube dann warte ich dass die leute mich auf instagram schreiben weil ich jetzt echt keinen bock habe das alles zu erläutern dann wirst du wieder auf den rahmen sprengen das alles zu erläutern was ich mache aber ich denke es ist jordan peterson hat recht wenn man auf etwas hinarbeitet wenn ziel kann man wirklich glücklich oder erfüllt sein selbst wenn du das ziel nicht 100 prozent erreicht es hat aus dir was gemacht du bist ein besserer wertvoller mensch geworden und wer weiß wenn du das eine ziel erreicht nicht erreicht das hat nimmst du die disziplin auf das zweite ziel und erreicht das zweite ziel und das zweite ziel ist rückblickend betrachte das ziel was du von anfang an hättest erreichen sollen man weiß nie wo die wege hingehen deshalb sollte man viele dinge probieren auch mal etwas länger dranbleiben fitness ist wie gesagt eine investition in eure gesundheit also selbst wenn ihr nicht ins haben wir mal erreicht werde ich stolz auf jeden der sagt ab jetzt koche ich regelmäßig mache regelmäßig sport bin kein fitnessmodel aber okay ist ich wäre auf jeden stolz der einfach sein potenzial nutzt nicht 100 prozent auf fitnessmodel geht sondern auf 70 80 70 bis 80 prozent seines potenzial ausgehen sagt ich fühle mich wohl sport definiert nicht mein leben aber es ist ein wichtiger bestandteil meines alltags es macht mein leben besser ich hasse es nicht wenn ich sport noch sich genieße ist würde ich ihnen ans herz legen auf die gesundheit zu achten ein sportliches ziel zu setzen egal was es ist hauptsache man hat ein ziel auf das man hinarbeiten können das ist ein jahr ist auch kurzfristig auf das ganze leben gesehen aber wer weiß wo euch diese disziplin hinführt also alex falls du dieses video siehst ich bin sehr stolz auf dich dass du mit dem bodybuilding jetzt richtig durchstart ist classic physik ja daumen hoch also dass wenn das nur ein zwei jahre ist du hast du hast es versucht du hast es geschafft und du hast einen super guten start hingelegt bodybuilding ich bin sehr stolz darauf und es hat vieles mit dir gemacht denke ich mal disziplin hat sich ausgezahlt und das kann ich nur jene ans herz legen nicht jetzt unbedingt bodybuilding nicht dass es jetzt hier machen soll egal vielleicht instrument vielleicht auch endlich mal zu tanzen dass ich meinen arsch auch hochkriege endlich mal zu tanzen oder die älter ich werde umso schwerer wird meine knie sollte ich meinen arsch auch hoch bekommen wer weiß vielleicht werde ich kein guter tänzer aber vielleicht macht es mir dann spaß und fühlt mich woanders hin und ich kann zurückblicken drauf die erfahrung ich hoffe das video hat euch gefallen und hat euch irgendwas gebracht weil ich so lange gelabert habe vielleicht haben es auch einige genossen und wenn sonst fragen sind anregung für neue weitere videos vielleicht für 2023 dass ich da wieder ein bisschen aktiver werde vielleicht sollte das ein ziel von mir sein dann schreibt mir das doch bei instagram gerne und simon du hast mich mal angeschrieben ich bestimmt hörst du das nicht bist du siehst das video nicht bis zum ende aber danke dass du mich bei instagram angeschrieben ist was der einzige der nach hey wann kommen neue videos hast du hast die alten videos geguckt das hat mir sehr viel bedeutet wirklich sehr viel bedeutet weil ich dachte wow die alten schinken die ich gemacht habe von vor fast zehn jahren oder sowas die wir noch geschaut oder über fünf jahre sechs jahre das ist schön weil normalerweise wird nur das neueste geguckt der rest ignoriert von daher bis hierhin vielen dank fürs zuhören danke für eure geduld ich glaube youtube ist doch mein ding ich hatte kurz überlegt auf tik tok umzusteigen aber ich kann nicht diese kurzen dinge machen das ist so oberfläche das bringt kaum was dann kann man auch genauso gut zwei zeilen auf instagram lesen und dann spare ich mir mehr arbeit aber auf youtube kann ich tief auf die sache eingehen und wenn ich das video was gebracht hat könnt ihr mir das gerne in kommentaren kommentaren zeigen kommentaren zeigen oder bei instagram wenn ihr das anonym machen wollt wenn ich das irgendwas gemacht hat wenn ihr dieselben erfahrungen gemacht hat weil ich weiß immer nicht ob das was mich beschäftigt auch andere beschäftigt gehe von auswissen alle menschen wir haben auch ähnliche gedanken ähnliche sorgen wenn ich wünsche vielleicht hat es euch was gebracht ich hoffe bevor das jahr zu ende geht dass das jahr 2023 für euch dann besser wird und bleibt gesund passt auf euch auf nutzt die zeit mit euren lieben liebsten seid nicht verbittert und versucht weniger verbittert zu sein und sucht euch gute ziele arbeitet daraufhin euer beton oder anton besser gesagt auf instagram bis zum nächsten mal